Willkommen! Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Konfrontiert man Lehrende mit dem Begriff Digitalisierung, dann hört man häufig, das mache ich doch schon. Ich stelle meine gesamte Seminarliteratur, soweit urheberrechtlich möglich, digital bereit. Meine Studierenden bekommen auf Wunsch ein digitales Skript. Ja und dann zeichne ich auch noch jede meiner Veranstaltungen auf Video auf. Reicht das denn nicht? Nun in der Tat, das ist schon eine ganze Menge. Aber wie wir sehen werden, erzielt man mit einem derartigen Anreicherungsmodell kaum nennenswerte Mehrwerte. In vielen Fällen muss man sogar erhebliche Minderwerte in Kauf nehmen. Im Video über die digitalen Elemente und Szenarien hatten wir drei Stufen der Digitalisierung der Lehre bereits andiskutiert und gezeigt. Wir hatten gesagt, es gibt eine Anreicherungsstufe, eine Stufe der Integration, eine Stufe der Virtualisierung und schließlich eine Reihe von Szenarien, Szenarien, die mit allen Stufen verknüpft werden können. Schaut man sich die klassische Hochschullehre an, mit einer PowerPoint-gestützten Inhaltsvermittlung im Hörsaal und einer ortsungebundenen Inhaltsvertiefung, die durchaus schon digitale Medien nutzt, dann darf man vielen Lehrenden durchaus attestieren, dass sie bereits die erste Stufe der Digitalisierung erreicht haben. Manche nutzen neben PowerPoint sogar weitere Hörsaal-Technologien und bauen sogar auf Lehrvideos zur Nachbereitung oder zumindest ansatzweise auf kollaborative Szenarien wie die Erstellung von Wikis, wobei ich hier echte Kollaboration bisher noch nicht feststellen konnte. Der Digitalisierungsgrad derartiger Lehrveranstaltungen ist dann noch höher. Doch wie bereits im Video der digitale Alltag und die Folgen besprochen, führt dieses Anreicherungsmodell mit seinen digitalen Elementen vielfach dazu, dass sich die Studierenden im Zeitalter der de facto abgeschafften Präsenzpflicht sagen, ich verzichte auf die Präsenzphase und erarbeite mir die Inhalte im Selbststudium gemütlich von zu Hause aus. Die Konsequenz? Der Hörsaal wird leer. Im Vergleich zur klassischen Lehre bringt uns eine digitale Anreicherung nicht wirklich voran. Wir müssen einen Schritt weiter gehen und die digitalen Elemente zu unverzichtbaren Bestandteilen der Lehre machen. Das dabei zugrunde liegende Modell ist der Inverted Classroom. In einem solchen Modell ist nun die gesamte Inhaltsvermittlung vollständig digitalisiert. Sie ist orts- und zeitunabhängig und basiert auf digitalen Elementen wie Texten, Lehrvideos und nutzt, wenn möglich, auch spielerische Elemente. Zusätzlich spielen Kollaboration, Selbststudium und die Nutzung offener Bildungsmaterialien eine wichtige Rolle. Und die Mehrwerte dieser Selbstlernphase sind klar erkennbar. Sie ist nicht mehr orts- und zeitgebunden und was noch wichtiger ist, Lerner können ihr Lerntempo selbst bestimmen. In diesem integrativen Modell ist die hörsalgebundene Präsenzphase nun hauptsächlich der Inhaltsvertiefung gewidmet. Mit den entsprechenden digitalen Elementen und den benötigten Hörsal-Technologien und der gewonnenen Zeit, es muss ja kein Inhalt mehr vermittelt werden, können Studierende viel besser individuell betreut werden. Schauen wir uns die beiden Phasen des Lehrens und Lernens einmal näher an. Hier zunächst die Phase 1, die Inhaltsvermittlung. Auch in anderen Fächern wie der Sprachwissenschaft geht der Trend zu mehr Interaktion. Dafür muss sich Johannes C. aber zuerst vorbereiten. Allein. Er nutzt eine Übungsplattform der Uni Marburg. Wenn das nur bei diesen Platten wirklich klicken, durchklicken und man denkt, man hat alles drauf, ich denke, das wäre zu unwissenschaftlich. Aber dabei bleibt es ja nicht, man wendet es ja dann auch an. Auch gerade dann in der Präsenzveranstaltung wird dann das auch angewendet, was man sich zu Hause eigenständig erarbeitet hat. Der Kurs heute? History of English, Evolution of Language. Alles auf Englisch. Der Lehramtsstudent liest, schreibt auf und schaut Videos. Und so sieht die Präsenzphase aus. Das Modell nennt sich Inverted oder Flipped Classroom. Erst die Vorbereitung und dann im Hörsaal die Übung. Handke geht mitten rein, diskutiert mit den Studenten. Tutoren helfen ihm dabei. Wie etwa könnten die Neandertaler gesprochen haben? Welche Vokale, welche Konsonanten haben sie verwendet? Erfundene Sprache nach wissenschaftlichen Maßstäben. Das ist total zufriedenstellend. Und ich habe auch den Eindruck, die Studierenden mögen das auch. Manche mögen dann mal durchaus vielleicht auch mal ein bisschen genervt sein und sagen, ist der schon wieder da. Andere sind zum Teil enttäuscht, dass man nicht öfter vorbeikommt. Also ich denke, in einer regulären Vorlesung hätte man das eigentlich nie durchführen können, wenn man ohne eckiges Wissen hier von vornherein eingestiegen wäre. Um es zu lernen, um es zu festigen, da braucht man schon die Praxis und den Austausch mit anderen Studierenden. Ansonsten ist es plattes Wissen und man kann nichts damit anfangen. Damit dieses Lehrmodell auch erfolgreich umgesetzt werden kann, sind eine Reihe von Parametern zu erfüllen, die über einen einfachen Classroom-Flip, wie viele sagen, hinausgehen. Ich habe einige dieser Eckdaten hier aufgelistet und greife diese in einem separaten Video über unser Inverted Classroom Mastery Model wieder auf. Mit dem Modell der Integration können nun die bereits mehrfach erwähnten Mehrwerte generiert werden. Mehr Individualisierung und Flexibilisierung und die inhaltliche Tiefe ist größer als je zuvor. Zusätzlich ist die Transparenz der Lehrmaterialien nun offensichtlich. Ob das jeder mag, naja, das ist eine andere Frage. Es gibt aber auch Minderwerte. Studierende müssen mit dem selbstbestimmten Lernen erst einmal klarkommen und viele Lehrende werden sich fragen, wie soll ich das alles leisten? Digitale Lehrmaterialien erzeugen, neue Unterrichtstechnologien erlernen und so weiter. In weiteren Videos werde ich zeigen, wie diese Form der Digitalisierung realisierbar ist und welche weiteren Vorteile daraus entstehen. Bis dahin grüße ich Sie und freue mich aufs nächste Mal.